Wöchentliche heute 93.000, wie ist es da? Schon wieder Kernfortafix. Kriegsspieler. Normalerweise, wo haben wir das denn? Genau hier hatten wir das. Kernschmelze. 36.000 Battle-P, äh Battle-Poss-P. Killer, das könnten wir eigentlich machen. Noch mal ein bisschen abgreifen. Gibt noch einen Banner. Ne, wie soll ich das machen? Ich sammle die Biwax, die ich hab, die sammle ich. Und wenn die halt wie jetzt überhaupt qualmen, aber ich hätte sowieso, ich hab fast eigentlich alles, dann mach ich daraus Gewinnspiele halt, ne? Was haben wir noch? Auf den letzten Drücker ist er da drin. Ach. Was haben wir im Wöchentlichen? Ach, find's der Billig-Sophie. Sie hat die Verschießpro, zwei Sekunden Laserstrahlen in seinen Augen. 23 Grundschaden verursacht, oder 1,5 und 6, ne, 48 Grundschaden. Das ist nice. Was ist denn da? Der Bummbogen ist drin. Das ist ja mal nice. Kugelhagel Jonesy. Oh. Interessant. Hier, der Schuss erhöht den Fernkampf. Waffen-Schaden um 1%, 25 mal gestapelbar Darts. 2% und Schussrate 1,2%. Oh. Oh. Nicht schlecht an. Sägereißer, ne. Auge des Sturms. Glitzende Flasche. Auch einen Regentropf noch mal hinterher. Ich denke mal, das kann man noch mitnehmen. Oh. Vorteil fix. Was sind heute schönes drin alles. Sehr nice heute. Der Shop gefällt mir. Ein bisschen. Besonders, da der Bummbogen drin ist, den hole ich mir da auch noch mal mit rein. Okay. Okay. Was ist noch? Ach ja. Oh.